Pffft! Muss Menschheit vernichten! Uuuuuhhhh Vor allem redet sie jetzt auf einmal wie ein Mann und... Hallo! Es geht wieder weiter. Ähm, ne, sie redet so. Muss Menschheit vernichten! Und ich will gar nicht wissen, wie seltsam sich das jetzt angehört hat. Ernsthaft, ich will's nicht wissen. Ich werd mir das Ganze nicht anhören. Nö, das seh ich nicht ein. Naja, werd ich wahrscheinlich eh nicht machen. Oder bin ich so selbstverliebt, dass ich mir meine eigenen Videos anschaue? Also jetzt die Let's Plays hier, falls man das so nennen darf. Meine eigenen, die anderen Videos, die Fakten und so aus, schau ich natürlich regelmäßig selber an. Also, da muss ich ja überprüfen, ob alles perfekt ist. Was mir auch meistens recht gut gelingt. Wobei, ich mach eh keine Fehler. Ich bin ein perfekter Mensch. Ich bin der Prototyp. Na, was heißt der Prototyp? Ich bin die Serien... Nein, ich bin auch nicht die Serienversion. Ich bin ein Unikat. Ich bin einfach der perfekte Mensch. Ich mein... Ja... Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich bin der perfekte Mensch. Samus ist auch nah dran. Aber sie braucht eben einen seltsamen Roboteranzug, um ein nahezu perfekter Mensch zu sein. Also, ich kann das auch alles ohne Anzug. Ich mein, ich kann da auch so Kugeln verballern und so. Das ist ziemlich angenehm, find ich. Also, wenn mal irgendwie eine Tür zu ist oder so, dann mach ich einfach... Und dann ist die Tür wieder offen. Und dann kann ich da rein. Nur sind die Türen nicht so oft verschlossen. Weil, ja doch, eigentlich sind die Türen schon immer verschlossen. Und Leute haben immer relativ viel Angst vor mir. Die sagen, ich bin ein Monster und so. Aber wisst ihr, was ich dann sag? Pau, 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 pau! Dann reden sie nicht mehr. Dann ist Ruhe. Ja, genau. Weil die Leute sagen, dass ich ein Monster bin, sind die Türen meistens verschlossen. Weil die verstecken sich dann schon immer. Das ist so ein... Aber die Menschenmasse kommt mir dann so ein bisschen vor, wie in dem neuen Walking Dead Spiel. Also, die kommen dann alle auf mich zu. Besser als ich. Dann muss ich mich halt da so durchkämpfen mit meinem... Nein, ich bin mein Messer. Ich hab ja nur meinen Blaster in der Hand. Und das ist ziemlich komfortabel. Kann ich da hoch? Hooray. Hooray, hooray, hooray. Ein Missile-Container. Jetzt sag ich Missiles. Jetzt hab ich noch Missiles gesagt. Ist aber auch ein ziemlich seltsames Wort. Wieso können sie es nicht einfach Rakete nennen? Oder... Pau, 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 pau! Das war doch ein schöner Name. Ich nenn die ab jetzt. Pau, 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 paus! Oder war das ein bisschen zu langer Name? Ich bin mir jetzt unsicher. Schreibt es in die Kommentare! Dann kann ich euch sagen, wie ich es jetzt nennen werde. Wobei ich das eh schon alles im Voraus aufnehmen werde. Aber ihr könnt es trotzdem in die Kommentare schreiben. Ich nenne es pau, pau, paus. Weichern abgeschlossen. Hurra! Da fällt mir ja gleich ein... Ich wollte gerade sagen, da freu ich mir gleich ein... Da fällt mir gleich ein zweites Loch in den... Allerwertesten. Aber nein! Da freu ich mir gleich ein zweites Loch da rein. Beziehungsweise ein drittes. Ich meine, die Eröffnung von dem Kanal war ja schon das zweite. Langsam ist da echt kein Platz mehr. Ich meine... Ich muss langsam sparsam sein. Ich meine, sonst verstreut sich das alles... Im ganzen Bad und das ist ziemlich unschön. Und das war Steam gerade. Leck mich doch Steam. Ja, ja, ja. So stehe ich zu Steam. Ich sage einfach, leck mich Steam. Und dann sagt Steam... Okay. Dann ist es leise und vollzieht den Akt. Oh nein. Das wäre... Nein. Ah, diese Bilder in meinem Kopf. Die gehen da nicht weg. Niemals. Und ihr müsst es ausbaden und... Kapau! Kann ich den eigentlich töten? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Aua. Kapau! Okay, okay. Ich fass dich schon nicht mehr an, du grauener Käfer. Keine Angst. Du musst keine Angst mehr um deine Privatsphäre haben. Ich bin ab jetzt für immer weg und... Oh mein Gott, das wird so schief. So schief gehen. Tot. 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 Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Samus ist am Leben. Die Frage ist nur, wie lange. Aber ich hoffe mal ziemlich lange. Weil da sind Raketen, die mir absolut gar nichts bringen. Was soll denn der Schwachsinn? Jaja, genau, genau, genau. Hurra. Noch sechs Leben. Es ist ja... Es läuft unglaublich gut. Okay, komm schon. Gib mir die Leben. Du kleiner, kleiner, nieder Flammenmann. Hurra. Ich bin fast wieder auf meinem alten Stand, bevor ich in den Raum reingegangen bin. Ist das nicht wunderschön? Oh, was soll ich immer mit den Raketen? Okay. Das unüberwindbare Hindernis. Lass mich... Oh, 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 oh. Ich skill hier durch. Das ist... Wow, 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 wow. Ich hab's geschafft. Und hier gibt's gar nichts. Ich bin begeistert. Und du gibst mehr Leben. Hurra. Okay. Wer gibt mir jetzt noch mehr Leben? Moment, 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 Moment. Was wollt ihr hier von mir verstecken? Ernsthaft? Hä? Hä? Hier muss... Hä? Da muss es doch irgendwas geben. Was gibt es hier? Ne, ne, so leicht geb ich nicht auf. Ach, leck mich doch. Ich geb auf. Ne, ich geb's auf. Das macht keinen Sinn. Mit Samus kann man einfach nicht vernünftig diskutieren. Sie hat keine Argumente. Sie... Redet nicht. Oh Gott. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ich bin da ein bisschen raus aus dem Kontext. Vor allem bei der neuen Edition macht es das vielleicht nicht mehr, oder? Die neuen Editionen waren ganz cool. Ich habe schwarz und weiß gespielt zwar. Viele beschweren sich darüber, aber man muss dem ganz eine Chance geben. Ich meine, sehe ich ja am Anfang sind die ganzen Viecher neu, aber das ist auch ganz gut, dass man da nur die Neuen hat, weil so gewöhnt man sich an die. Ansonsten würde man ja immer die Alten nehmen und den Neuen einfach keine Chance geben. Ich meine, das mache ich zumindest und das macht die auch, ich weiß es. Alles andere wäre ja auch schwachsinnig. Komme ich da eigentlich hoch? Nee. Karte. Hm. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Hurra. Das heißt, ich darf doch mal den ganzen Weg nach rechts laufen. Hurra. Ist das nicht wunderschön. Und hier nochmal hoch und da hoch und ich werde sowieso sterben. Also ist ja sowieso egal. Oder soll ich? Ich lasse mich sterben. Kaboom. 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 Oh nein. Oh ja. Oh nein. Sie ist tot. Ja, zum Spiel. Oh, das ist jetzt unfair. War ja nicht irgendwo so eine... Nein, hier war keine Lebensstation. Nee, das finde ich jetzt wirklich unfair vom Spiel. Ich meine, sie könnten mir ja wenigstens 99 Leben geben. 23 ist wirklich ein bisschen wenig. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Das ist... Zwei Gegnerbehörungen. Dann bin ich down und stehe nicht wieder auf. Das ist ziemlich unschön. Naja, was soll es dann? Hui. 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 Aha. Und darüber. Hurra. Und ich glaube, ich werde sowas von sterben, wenn ich da oben bin wieder... Ach du Kackfisch, gib mir doch die Leben. Leben. Hurra. Ich bin wieder bei 43. Das ist ja schon fast die Hälfte von 99. Naja, eigentlich mal so gar nicht, aber... Man muss eben sehen, wo man bleibt. Kabum. Warum sage ich Kabum? Ich bin auch nur vorbeigesprungen. Okay, aber jetzt schaffen wir den unüberwindbaren Hinderniskurs voller Hindernisse. Fick dich, Samus. Okay, und jetzt hier und... Oh Gott. Hui. 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 Mh-hmm. Naja, weißt du was? Ich gehe jetzt mal eben kurz Leben farmen. Dann habe ich mir gerade eben aufs Knie geklatscht. Das hat man vielleicht so gehört. Ich gehe kurz Leben farmen und dann sehen wir uns wieder. Juhu. Okay. Ich war gar nicht so lange weg. Wenn ich hier nach links gehe, ist ja schon eine schöne Leben-Auffüllstation mit kleinen, kleinen Viechern. Kommt schon. Leben, leben, leben. Ich brauche noch viel mehr Leben. Ich komme erst möchte es aufsammeln. Hurra. Das macht das Ganze sehr zeitintensiv. Aber was soll's. Was tut man denn nicht alles für eine Frau wie Samus? Man würde alles für sie tun. Alles. Weil sie dir sonst an die Kugeln in den Schädel jagt. Also mir nicht. Weil ihr wisst ja, ich bin ja der perfekte Supermensch. Ich kann ja selber Blaster, Kugeln, verschießen. Also mit mir will sie sich nicht anlegen. Ich meine, von schlagen darf man ja nicht. Aber soll man auch nicht. Das will ich auch nicht. Das will hoffentlich niemand. Das ist ziemlich uncool. Aber wie sieht's denn aus, wenn man mit dem Blaster auf sie schießen will? Ist das auch verboten oder... Ich weiß nicht. Ich bin mir da ziemlich unsicher. Ich meine, gibt's da eine Gesetzeslücke oder so? Amerikas ist bestimmt erlaubt. Zumindest in ein paar Staaten. In allen jetzt bestimmt nicht, weil... Ne, die haben ja dafür zu verschiedene Gesetze. Aber ja, das könnte ich mir gut forschten, dass das in manchen Staaten so gesetzlich erlaubt ist, dass man seiner Frau einmal im Jahr ein bisschen mit dem Blaster in den Oberschenkel schießen darf. Das finde ich auch ziemlich legitim. Ich meine, so eine kleine Brandverletzung ist dann halt so ein bisschen... Damit markiert man auch quasi der Frau so... Ne, man markiert sie wie eine Kuh, dass sie praktisch Steine ist. Wenn man sieht, oh, da sind schon drei Blasterspuren, da sollte ich mich lieber fernhalten. Die ist schon vergeben. Das ist eigentlich auch an sich eine sinnvolle Sache. Ich meine, bei Kühen funktioniert's ja auch. Wieso nicht bei intergalaktischen Kopfgeldjägerinnen? Denkt da mal drüber nach. Und hooray, wir haben's geschafft. Und ich bekomme, ich bekomme, was krieg ich, was krieg ich? Ei, Eisbeam. Hurra. Den hab ich mir schon immer gewünscht. Vielen Dank, jetzt kann ich... Gegner gefrieren. Oh, der ist cool. Hey, 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 da bin ich noch nicht drüber. Ich will da hin. Da rein. Komm schon, nimm den Ball in die Hand. Oh ja. Und die grüne Tür können wir auch nicht aufballern. Dafür brauchen wir super. Missiles. Ne, ich meine, super. Pau, pau, paus. Weil die sind super. Und damit macht's pau, 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 pau. Okay, wir haben den Kollegen eingefroren. Dadurch ist er keine Gefahr mehr für uns. Beziehungsweise für mich. Und eigentlich hab auch nur ich ihn eingefroren. Ihr habt dazu erstaunlich wenig beigetragen. Ich muss sagen, vielen Dank für gar nichts. Ihr helft mir ja gar nicht. Jetzt hab ich Scheiße gebaut. Das heißt, jeder später hoch. Oh, oder gleich jetzt. Ich speichere erstmal mal wieder. Man kann ja nicht auf genug speichern. Ich meine, was in dem Spiel eigentlich schief gehen kann. Man könnte zum Beispiel sterben. Zweimal an derselben Stelle oder so. Aber mir persönlich passiert sowas ja nicht. Weil, wieso sollte es mir passieren? Ich bin ja super. Deswegen passiert mir sowas nicht. Ich meine, Superman passiert sowas auch nicht. Und ich bin ja so eine Art Super-Superman. Nur mit cooleren Fähigkeiten. Ich hab zum Beispiel einen Röntgenblick. Ja sicher, das ist für diejenigen, die röntgen werden, gibt's ein gewisses Krebsrisiko. Aber das bin ich bereit einzugehen. Ich meine, es ist schon interessant, was die Leute so unter ihrer Kleidung haben. Die meisten sind ja nackt unter ihrer Kleidung. Das ist ziemlich... Man lernt die Menschen erst richtig kennen, wenn man sie nackt sehen kann. Also nicht nackt, sondern wenn man einen Röntgenblick hat, dann lernt man erst den Menschen richtig zu verstehen. Und wir müssen nach Crate. Und da wartet Crate. Ist das nicht... Hast du auf Wortwitz? Crate. Crate und Crate. Ach, dieser Mythos of Playing, dem fällt immer was ein. Oder nicht? Ja, doch, natürlich. Oh Gott. Und du, bleib mal... Ey, du Octogog, Tentakel, Monster, Viech, lass mich da durch. Okay, und was gibt's hier Schönes? Oh, oh, oh. Oh, oh, wie schön ist das denn? So, und... Pow! Nora, ich benutze euch als kleine... Dich kann ich doch auch für irgendwas benutzen. Puh! Oder kann ich das nicht? Ich bin mir unsicher. Und es ist mir ehrlich gesagt jetzt auch egal. Pow! Moment, es ist mir nicht egal. Da war doch was. Das sehe ich doch auf der Karte. Mir entgeht nichts. Och, geh doch weg, du... Kackviech! Okay, und dich, wenn ich von hier unten... Pow! Pow! Okay, du wurdest offiziell gepowt von Samus. Oh Gott, der wird hier wieder wach. Der Drecksack. Und hier? Hier gibt's was? Da gibt's was? Da gibt's was? Da bin ich ran. Da bin ich ran. Okay. Hooray, ich habe ja einen Missile-Container. Ich meine, pau, 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 paus. Fünf Stück. Sind dann pau, 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 ihr versteht, was ich meine? Nö, ich auch nicht. Okay. Da links will ich nicht rein. Da riske ich wieder massenhaft Schaden. Und ich habe keine Lust auf massenhaft Schaden. Das macht mir zu viel Damage. Das ist... Och, du Kackviech. Spring mir doch vor die Füße. Oh, Samus, beachte mich. Ich will deine Aufmerksamkeit mal in der Fresse. Hier geht mir so auf die Nerven. Aber was mir nicht auf die Nerven geht, ist dieser Kollege hier. Den befreie ich jetzt mal und... Dann haut er einfach ab. Pau! Okay, das war geskillt. Das war super. Ich bekomme einen pau, pau, pau-container. Hooray. Das können wir so pau, 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 Das glaubt ihr gar nicht. So wurdet ihr in euren Träumen noch nie gepau, pau, 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 t. Naja. Ziemlich traurig, dass ihr von pau, 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 träumt. Schämt euch was. Das ist ja schrecklich. Was seid ihr denn für Nerds? Schaut jemanden zu, der sich beim Spielen filmt und dazu redet. Also. Sucht euch mal ein echtes Leben. Es ist ja lächerlich. Also. Okay, und nachdem ich jetzt alle meine Zuschauer beleidigt habe und ich wahrscheinlich keinen Zuschauer mehr in Zukunft haben werde, zeige ich euch vielen Dank für die schöne Zeit. Es war wunderschön mit euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Pau, 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 pau. Ciao.